Ja, mein Sohn, wie kann ich euch helfen? Kommt, wir müssen zum Schäden und ihn zerstören. Verzeiht mir, wenn ich nicht erleichtert wirke. Der Tempel hat seinen Tribut von mir gefordert. Ja, der Schädel wurde zerstört und Dämmerstern ist sicher. Ich habe im Vorzimmer, das wir betreten haben, einen kleinen Schrein für Mara errichtet. Meine Absicht war es, den Rest meiner Tage hier zu verbringen, die Vergangenheit zu begraben und um Vergebung zu beten. Doch stattdessen möchte ich euch nun meine Dienste anbieten. Wenn ihr mit mir reisen wollt, bin ich hier. Ihr müsst mir nicht danken. Ihr habt etwas für die Bewohner von Dämmerstern getan. Wenn jemandem Dank gebührt, dann euch. Hm, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind nicht in der Höhe, da wir hier. Wir sind gerade mit einer Gäste aufgerufen, oder? Ich wähle mich nicht in die Höhe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Papierjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rivtron. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Oh mein Gott. Die Albträume in Dämmerstern haben aufgehört und ihr habt dazu beigetragen, wie ich höre. Ich danke euch. Behelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur, es liegt keine Ehre darin, Bediensteter eines Jarls zu sein. Sovengarde wartet nicht auf Putzkräfte. Ich bin... Ich hatte gehofft, dass... Ihr wollt also die Arkanen Künste meistern. Ich habe gehofft, dass die Arkanen Künste meistern ist. Ich bin... Ich habe gehofft, dass die Arkanen Künste meistert. Ich bin... Ich habe gehofft, dass ich sie zum nächsten Mal... Und wieder mal ein schöner Tag in Dämmerstern. Ich habe im großen Krieg als Kampfmagier gedient und möchte das nicht noch einmal erleben. Meine Leute dienen Skull, Phil Gaves Familie... Oh, es ist wunderbar für Skull zu arbeiten. Er ist überhaupt nicht anspruchsvoll. Ich bin niemand. Weithilts ist der Meinung, dass ich bei der Arbeit trinke. Ich arbeite in der Lüne. Ich will keinen Ärger. Und wenn schon, spielt das wirklich eine Rolle? Mit dem Mörser und dem Stößel stellt man Zaubertränke her. Kommt doch an die Lange... Im Mörser und Stößel findet ihr... Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Lasst mich wissen, wenn euch das Rüttelfieber packt. Es ist meine Pflicht, Brina Merylis zu bewachen. Ich helfe meinem Gatten... Ich habe Rüst... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Wir schmieden jeden Tag, falls ihr etwas braucht. Ich arbeite mit Stahl, hauptsächlich Waffen. Es heißt, dass die Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebracht haben. Ich habe ihn schon wieder gegründet, aber ich habe ihn gegründet. Ich habe ihn nicht gegründet, weil er nicht gegründet hat. Ich habe ihn gegründet, dass sie nicht gegründet haben. Es ist die Welt, die wir in der Welt sehen können. Ein paar Münzen für einen Veteran? Das ist doch nicht zu viel verlangt. Was ist los? Drachen? Was braucht ihr? Das ist doch nicht zu viel verlangt. 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 Das ist doch nicht zu viel verlangt.